und wieder mal willkommen hier zurück zum fabriksimulator faktorio sind schon weit in die 30 folgen what the fuck ich weiß gar nicht was hat man letztes mal gemacht ach ach genau da hat man das ja mal mit dem öl hier ausprobiert wie das dann funktionieren soll kann tun wird ich weiß nichts mehr was kann man denn eigentlich mit rohöl machen nochmal gucken rohöl rohöl wo gibt es hier rohöl erst mal die raffinerie finden das ist das hier dann hier die leitung jetzt chemie fabrik warte mal öl raffinerie die machen bestimmt aus rohöl anders öl denke ich jetzt einfach mal was ist denn mit meinem mussten los kann man immer in ruhe aufnehmen na gut so die öl raffinerie ist jetzt gleich fertig hoffe ich doch ja wo sie denn weg 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 ohne scheiß hä wo ist hin die check ich hab blöde die check ich glaub ich hab's abgebrochen oder so alles klar wie läuft's denn hier eigentlich rot oder fehlen na gut wird schon irgendwann rauskommen so ach jetzt bist du fertig kommst du gleich unten rein die ist aber groß brauch bestimmt noch wasser oder so erstmal stromanschluss brauchst du noch so kannst du jetzt grundlegende ölverarbeitung ach hier kriegt man auch schwefelsäule her sieh mal einer an komm mal trotzdem schwefel festbrennstoff oder kommt hier schwefel raus warte mal kommt irgendwas raus ich lass es mach ja produkt ja was sind das für erst mal licht machen ja so produkte habe ich jetzt produkte was mache ich denn jetzt mit den produkten kann ich das eigentlich weiterverarbeiten oder was mache ich denn jetzt mit den produkten abtransportieren ach guck mal einer hier siehst du sogar die anschlüsse oder hier habe ich jetzt das 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 und das kann ich da jetzt nicht fehlt aber was ach so das habe ich jetzt im inventar nein das habe ich weg das weg was mache ich denn jetzt damit haben die zweimal ölanschluss die könnten sogar zweimal ölanschlüsse haben habe ich jetzt das das und das jetzt was mach ich denn damit mit den tropfen kann ich jetzt noch mal anschließen wenn ich jetzt noch eine chemie fabrik baue die dann was anderes macht ich habe ja noch nicht so viel was ich jetzt machen könnte gucke ich jetzt einfach mal weil das wird ja alles da drin hergestellt dann brauchst du ja im endeffekt auch mehr chemie fabrik höhere fenerie chemie fabrik ich habe ja nicht so viele anschlüsse mal schauen ich bin ja mal gespannt hier das wird ja richtig chemisch so darin kann ich jetzt oh ich kann jetzt uh ich könnte zum beispiel hier drin schwefe herstellen schwefe bräuchte ich für für schwefe säure und schwefe säure brauche ich für batterien gibt sind irgendwie weiß man immer ganz was ich damit machen wollte aber na gut so äh dann machen wir mal schnell das weiter weg also wir machen jetzt mal der chemie fabrik brauchen wir jetzt nur ich habe keine rohre mehr doch habe ich sehe ich noch nicht so da raus kommt jetzt dieses zeug dieses zeug kann ich machen zu festprintstoff schweermüttel schwefe weil festprintstoff kommt rein und was kommt raus ja warte mal jetzt bin ich grad verwirrt das kann ich das schwefe machen genau da brauche ich auch noch wasser holen wir mal wasser holen wir mal wasser hier wasser holen wir lieber von unten doch holen wir lieber von unten wasser haben wir noch so einen förderer irgendwo wo sind die förderer ne die nicht die wasserförderer hm huch alles klar blau grün sprengstoff klingt gut hier pumpen vielleicht habe ich noch welche ne hätte ich sie auch gesehen das sehen viele nicht vieles nicht so da wäre die pumpe allerdings müssten wir hier eine unterführung bauen damit wir hier durchkommen bisschen mehr platz gelassen weiß ich nicht so ähm die rohre gehen auch langsam wieder alle ne ne nicht alle nur ein paar ein paar hundert so dann soll man eine kurve machen da muss man hin na so das klappt jetzt ich komme jetzt hier nicht mehr rüber scheiße hab ich ja eingebaut der macht jetzt schwefel draus aus beiden eingängen ausgängen ich wäre aus dem schwefel kann ich jetzt nämlich wo ist meine fabrik da brauch ich erstmal strom dann ist er weit rüber na wo ist nach unten ist er hin aber kommt nicht die eisenplatte her krieg ich nicht die eisenplatte her das funktioniert doch gar nicht achso doch 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 das funktioniert schwefel kommt rein aber ich schätze mal schwefel ist ein feststoff den muss ich mit einem greifer übertragen kann ja mehr so viele machen wir mal ein paar nach unten sind noch ein paar ok schwefel ist ein feststoff das ergibt natürlich sinn da könnte man das eigentlich auch so rum anschließen so du sollst das machen und dann brauche ich noch wasser und eisenplatte wasser kriegt man hierher und nehmen wir eine etage drüber das ist näher dran das ist halt nur scheiße mit den röhren dass man da nicht rüberkommt wo sind jetzt wieder die pumpen hier war eine pumpe ach was ist mir hier kräftig produziert das dauert mal noch oder das macht was andersrum oder mal so nochmal schlauer machen das jetzt nämlich so rum kann man das wasser nämlich direkt von unten ableiten da brauchen wir auch keine pumpe mehr so du machst jetzt nochmal das hier brauchst trotzdem die eisenplatten um die eisenplatten allerdings herzubekommen graben uns erstmal durch die wand ähm kriegt man jetzt die eisenplatten her von welcher schiene wo ist denn noch was übrig ist alles ganz gut gefüllt ja hier ist warte mal warum wird hier nichts mehr produziert du kriegst keine greifarme mehr weil da keine zahnräder mehr ankommen warum kommen hier keine zahnräder mehr an weil die truhe voll ist alles klar dann machen wir zwei filter festbundschiff so da kommen wir keine zahnräder mehr an na doch ne na dann müssen wir nochmal anders überlegen gibt es nochmal einen direkten weg naja hm wir nehmen jetzt mal ein paar mit hm 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 ich glaub von hier krieg ich nichts das muss ich ja mal aus lernen ist auch blöd hier unten ist jetzt auch nicht groß was übrig hm müssen wir höchstens von hier was abzweigen hm ja ja intelligenten brauchen wir auf jeden Fall hier ist er so 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 ja 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 woher kommen wir jetzt da rüber na gott ist ja alles zu vielleicht mit Tunnel kann ich da durch doch das geht gut hm 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 brauche ich neue Tunnel was geht mir denn aus wahrscheinlich das Eisen das Kupfer Kupfer hab ich auch verwendet ich gleich mal was holen Kupfer das ist hier meine Kupferkiste ja so wir durften schon welche haben ja jetzt hier rüber und hier nochmal auf der falschen Seite verdammt muss man mal die Seite wechseln so eine Treppe wäre auch ganz cool wenn man einfach drüber steigen könnte ah na gut gehen wir in der Mitte scheiße brauche mal das Platz für das Rohöl das ist nicht so schön das hast du doch alles ne was fehlt denn jetzt noch Schwefel hast du Wasser hast du wann geht's nicht zwei von fünf Schwefel was wird hier hä was wird hier Schwefel was ist denn jetzt das Problem hä 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 warte mal ich glaub der macht grad ne weiter weil das und das jetzt zu viel ist kann man das irgendwo lagern gibt's da Trudenführer oder ein Silo haben wir hier Silos naja scheiße können das nur so speichern momentan das Problem ist da hat er drei Ausgangsstoffe und die müssten wir eigentlich alle verwenden na gut dann tun wir das mal äh Schwefelsäure machen wir zu zu was Schwefelsäure machen wir zu hier war nix hier war nix Batterien Batterien wird auch hergestellt in der Raffinerie da kümmern wir uns für erst mal um den Rest haben wir noch solche Raffinerien erst mal produzieren erst mal produzieren dauert es halt ne weiter hm 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 wie sch 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 Untertitelung des ZDF, 2020